Schönen Dienstagabend. Ja, auch wenn es heute durchwegs grau und nass war, unser Kameramann Götz Wagner, der schafft es auch an Tagen wie diesen, wunderbare Wetterbilder für Sie einzufangen. Nahezu malerisch war es heute am Alten Rhein in Lustenau. Der Wind hat für ordentlich Bewegung auf und am Wasser gesorgt. Und für einen Spaziergang mit dem Hund, da brauchte man nicht mehr als einen Schirm und eben eine Hunderegenjacke für ganz zart beseitete Vierbeiner. Morgen kann diese aber zu Hause gelassen werden, denn schon im Laufe des Vormittags, da beginnt es zögerlich aufzulockern. Am Nachmittag ist vor allem der Süden des Landes begünstigt. Hier gibt es ein paar Sonnenstunden. Im Norden hingegen, da halten sich die Wolken noch recht hartnäckig. Temperaturen liegen schon in der Früh. Durchwegs im Plusbereich untertags machen wir dann nochmal einen ordentlichen Sprung, auch auf den Bergen. Da wird es richtig warm. Beachtliche Werte bringt auch der Donnerstag. Übermorgen, da knacken wir stellenweise die 20-Grad-Marke. Dazu scheint bis in den Nachmittag hinein meist die Sonne. So gegen 16 Uhr wird die Bewölkung von Norden her aber dichter und am Abend beginnt es vom Bodenseeraum ausgehend leicht zu regnen. Regnerisch auch der Freitag. Vor allem am Vormittag ist es nass und Wolken verhangen. Und mit einer durchziehenden Kaltfront. Da kommt es zu einem markanten Temperaturrückgang. Wir warten am Freitag nur bis zu 11 Grad plus. Also, dem Wetter kann man in dieser Woche Eintönigkeit nicht nachsagen. Es ist von allem, hoffentlich für alle, was dabei. Schönen Abend Ihnen. Bis bald. Bis bald.